Hallo, es ist Liha-Zuson 4. Heute habe ich mal wieder eine Fernsehempfehlung. Und zwar läuft am Dienstag um 20.15 Uhr die Höhle der Löwen und ich habe heute mal einen kleinen Spoiler zu einer Firma, die sich da vorstellt. Und ich stelle euch das mal heute vor. Und zwar geht es um Sticker-Stars, das seht man auch da oben. Und zwar ist das so wie ich jetzt sagen, so ein Panini-Album, ein Sticker-Album für Vereine. Vereine können sich da sozusagen sagen, dass sie da ihren Verein als Sammelsticker-Karten haben wollen. Dann kann ein Supermarkt im lokalen Umkreis vom Verein, muss dann halt eine Summe an Sticker-Stars bezahlen. Und dann kann dieser Supermarkt, kriegt dann diese Sticker und kann die dann verkaufen. Und der Verein kriegt die Erlöse von den Stickern. Sticker-Stars kriegt halt die Summe, die der Supermarkt an sie bezahlt. Und der Supermarkt macht halt auch Profit, weil dann ja viele Leute diesen Supermarkt besuchen, um diese Sticker zu kaufen. Also ist es eigentlich nur von Nutzen. Der Verein muss ja auch an sich da nichts selber bezahlen. Also ist das eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und ich habe hier so ein kleines Buch, wie die Investoren, die sich da mal die Infos aufschreiben. Und ich habe mir hier auch was aufgeschrieben. Und zwar, ob oder wer vielleicht investieren könnte bei die Hülle der Löwen in Sticker-Stars. Und dann wäre einmal, ich glaube Ralf Dümmel heißt der, Mr. Regal. Der verfügt über viele Regalflächen. Und für ihn wäre es, glaube ich, eher nichts, weil er irgendwie auch nichts mit Fußball am Hut hat. Genau wie für Carsten Maschmeyer und Frank Thelen. Bei Frank Thelen ist es ja vor allem so, dass er nur so in Apps investiert. Und dann auch noch irgendwie so voll Spezielles, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich da mal zusehe. Dann Judith Williams, die ist ja mit ihrem Teleshopping da immer unterwegs. Das ist dann ja auch ein anderer Themenbereich. Dann haben wir noch Dagmar Wöl. Sie ist Nürnberg-Fan. Ich habe hier auch ein Nürnberg-Trikot an. Also könnte eventuell durchaus in diese Sticker-Stars investieren. Auch wenn natürlich Nürnberg jetzt eigentlich sowas nicht nötig hätte. Aber vielleicht ist er ja irgendwie, weiß nicht, Fan von irgendeinem kleineren Verein noch. Und dann Georg Kofler und Nils Glagau. Da weiß ich selber nicht so ganz, ob da irgendwer investieren würde oder nicht. Ich glaube, dass sich eher keiner da investieren wird. Und auch diese Sticker-Stars-Leute es nicht unbedingt nötig haben, dass da irgendeiner von diesen Investoren investiert und irgendwelche Prozente abgeben müssen. Das ist ja das Prinzip der Sendung. Sondern, dass sie einfach nur dahin kommen und dann diese Werbung haben, weil das ja irgendwie x-Millionen Leute gucken. Obwohl vielleicht gucken es da ein paar weniger Leute, weil die Champions League ja auch diesen Dienstag wieder anläuft. Mit zum Beispiel Dortmund gegen Barcelona. Da freue ich mich drauf. Aber falls Höhle der Löwen guckt, ich glaube, keiner würde da rein investieren. Hier, ich mache mal mein Büchlein jetzt wieder zu. Ich glaube nicht, dass irgendwer da rein investiert. Wie gesagt, die Firma hat es nicht unbedingt nötig. Und wenn sie diese Werbung bekommen würden, würde das glaube ich schon reichen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr ein bisschen in diesem Business, in dieser Geschichte drin seid. Was ihr davon haltet. Das war es von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und ciao.